Willkommen zurück bei Indiana Jones, unter Turm von Babel. Wir befinden uns aktuell in selbigen Babel und haben hier wieder eine Sprung-Einlage zu bewerkstelligen. Lass mal angucken, wie das läuft. Also das macht recht. Und sobald es da ist, springen wir drauf und laufen. So weit, so gut. Jetzt funktioniert der Fahrstuhl. Die Inschrift besagt, wahrlich werde ich die Erde erschüttern. Okay, da wissen wir ja, was hier reinkommt. Zack, erschüttern. Was sagst du nun? Es hat funktioniert. Wer hätte das gedacht? Wir brauchen ja viel die Stromblitze. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Aber wir können ja noch eine Fahrstuhl, vielleicht können wir drüber weg. Hier geht die wilde Fahrt. Okay, hier gibt es keinen Knopf mehr. Hey. Okay, sonst noch jemand ohne Vorschein. Da unten, aber da ist... Obwohl, können wir nur ein Gewehr. Ach, die kommen wieder. Au! Au! Mist. Gut, also lieber schnell machen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hm. Hm. Sehr gut. So, mal gucken. Oh, mit dem Fahrstuhl hoch? Funktioniert nicht? Doch, haut noch mal rein. Geduld muss machen. So, dann fahren wir weiter hoch. Okay, da ist Sophia. Turner, Sie haben das Teil, das ich brauche. Geben Sie es her. Tut mir leid, das geht nicht. Hilf Sie, hilf mir! Kommen Sie, es ist unsere einzige Chance, Sophia zu retten. Mich legen Sie nicht rein, Jones. Sobald Sie die Kommunisten aufgehalten haben, werden Sie die Maschine benutzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Welt hat bereits genug Diktatoren gesehen. Finden Sie nicht auch? Damit werden Sie niemals davon kommen. Äh... Sie können nicht gewinnen, Jones. Auch die Schöne wird mir die Schöne doch danken. Halt Sie sich von mir fern! Schön, ob ich das so einloggen kann. Sie können nicht gewinnen, Jones. Onkel Sam wird mir hierfür noch danken. Das werden wir sehen. Nehmen Sie sich in Acht, Jones! Mist. Ich sollte doch mal das Ding nehmen. Der hält ja ganz schön aus, habe ich noch ein bisschen. Achso, ich nehme mal das hier. Na ja, und jetzt von der anderen Seite? Ist ja auch nicht sinnlos rum herlaufen, ne? Ja. Ein erstes Hirte-Paket. So, jetzt haben wir das Artefakt. Hier ist noch nicht Sophia. Hier. Da komm ich nicht rein. Vielleicht von oben? Ich könnte ja mal hier hochschweben. Ähm, schweben. Okay. So, dann warte ich mal, dass ich das insichtbar schaue. Jetzt habe ich mich nicht erwischt. Ich muss hier drücken. So, jetzt ist das Ding schon mal aus. Warten wir mal, bis wir wieder aufgefüllt sind. So. Da ist Sophia. Soll ich jetzt wieder mit rein springen? Ich glaube nicht. Kann ich von hier aus nach... Ach, von hier aus kann ich nach oben schweben. Ähm, ein Schwebe-Dings war das? Ne, das ist unsichtbar. Das ist das Schwebe-Ding. Weee. Was hast du? Wer hat es gewagt, meine Ruhe zu stören? Äh, ich schätze, das war wohl ich. Indiana Jones. Vollende mich, Meister, auch dass ich deinen Wünschen folgen darf. Okay. Jetzt mal gucken. Die Inschrift besagt, so erhebe ich den Menschen in ungeahnte Höhen. Oh oh, Turner hat das falsche Teil eingefügt. Ah, da muss bestimmt auf die Statue ohne Kopf, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie der Kopf her kam. Na egal. Es soll hier das Hebe-Dings rein. Das. Dann legen wir es mal dazu. War das richtig? Naja, ich... Ich will dich eigentlich da rausholen. Nicht einfach nach unten. So, das scheint schon mal richtig gewesen zu sein. Mal gucken, ob hier im Raum noch irgendwas ist, außer dem Loch. Ah, da kommen jetzt wieder die Viecher. Na gut, dann gehen wir jetzt den Gang. Erstmal Licht. Hier kann man kriechen. Ah, nur wenn das Licht aus ist. Sehen es bestimmt... Ist hier ein Schatz oder... Stehen wir auf? Ah, hier ist ein Schatz. Sieh sich einer das an. Und da auch. Was haben wir denn hier? Weg damit. Und kriege ich ihn wieder raus. Und stellen uns hin. Und gehen zum Fahrstuhl. Ist das gut oder nicht? Da ist doch der Kollege. Beinahe wäre ich zu kurz gesprungen. Den tun wir jetzt der Kabel aufsetzen. Da müssen wir glaube ich hier oben um die Kurve laufen. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Ich dachte so war das. Hier müssen wir runter. Glaube ich. Vermutlich. Ja. Gut, dann stecken wir hier den Kopf rein. Nein. Sehr gut, Meister. Okay. Na schön. Äh. Achso, wir müssen nach oben. Da oben müssen wir kurz überlegen. Ich glaube auf die Seite. Ist aber wahrscheinlich wurscht auf welche Seite. so. So. Ha. Hm. Eine Statue. So. Ich bin hier. Was ist denn hier? Ja. Ich bin hier. Was ist denn hier? Unsichtbar. Okay. Das heißt, das letzte Artefakt muss hier eingebaut werden. Okay. Wollten wir das jetzt? Was? Sophia. Was hab ich getan? Auf lau. Sophia. Warte. 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 Das ist ja schön, dass der Wenzel zufrieden ist. So. Jetzt kommen wir gar nicht in eine Handelsstation, aber wäre auch komisch gewesen. Ätherium. Hey. Okay. Noch mehr Maschinen. Der ganze Ort hier ist eine einzige Maschine. Naja. Eine Maschine. Na schön. Die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Das wird sagen wir heute sind wir ein Level weiter. Und beim nächsten Mal schauen wir uns hier um. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Oh ja. Äh. 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 So. Kommant. So. eme. So. So. Vielen Dank.